Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Learn. In diesem Video geht es darum, wie man aus, oder ja, durch, also gegeben sind zwei Punkte, hier P und Q. Und ich möchte eine Gerade finden, die durch diese beiden Punkte geht. Und zwar möchte ich da die Parameterform nutzen, also eine vektorielle Darstellung. Und ich habe hier auf der linken Seite immer so den Text dazu und auf der rechten Seite so ein ganz kleines bisschen visualisiert, damit man auch mal gleich einen Eindruck davon hat, wie das dann aussieht. Und ja, ich denke, fangen wir mal an. Also um hier nochmal klar zu machen, wie die Parameterform aussah, das schreibt man folgendermaßen. Also G Doppelpunkt steht dafür, dass die Gerade, die ich da erstellen möchte, G heißt und ich kann ja kein Gleichheitszeichen hier machen. Weil eben dieses G nicht gleich diesem Ausdruck hier hinter ist, sondern ich habe G Doppelpunkt, denn der X-Vektor ist gleich P-Vektor plus T mal U-Vektor. Und P nennt man in solcher Gleichung, also die Buchstaben, vielleicht vorweg gesagt, können auch mal anders heißen. Aber ich habe das hier P genannt, nennt man den Stützvektor. Und hier wird es auch mal eingezeichnet auf der rechten Seite. Das wäre dieser Stützvektor P, der genau auf den Punkt P zeigt, also ein Ortsvektor. Hier oben ist der Punkt Q und diese gestrichelte Linie, das soll dann, ist die gesuchte Gerade. Und T ist, nennt man Parameter, habe ich unten geschrieben. Das kann natürlich auch mal ein R oder ein S sein, also muss nicht T sein. Und wenn man an die Uni geht, ist es auch ganz gerne mal Lambda oder Mü oder solche Sachen. Und der wird quasi, der bleibt stehen. Ich suche, das T suche ich nicht, sondern das lasse ich variabel. Könnte man sich vorstellen, wie bei einer Funktion, wenn ich die erstmal hinschreibe, dann ist er auch F von X. Und das X hat ja auch noch keine konkrete Zahl, so ähnlich ist hier auch der Parameter. Und U nennt man den Richtungsvektor. Das ist dann der, quasi ein Vektor, der auf der gesuchten Geraden liegt. Hier oben habe ich den zwischen P und Q. Also, soviel zu den Eckdaten. Und dann wollen wir mal an einem Beispiel tatsächlich eine Gerade bestimmen. Ich scoge hier mal ein bisschen runter. Also, das Beispiel sieht vor, dass der Punkt P die Einträge 2, 3 hat. Das ist auch genau hier passend. 2, 3. Und der Punkt Q, 6, 5. Auch das passt, wenn man hier auf der X-Achse hoch geht, 6, 5. Und ich würde als erstes immer den Stützvektor bestimmen. Denn der Stützvektor ist auf jeden Fall ein Ortsvektor und ablesbar. Und da habt ihr jetzt eigentlich zwei Möglichkeiten. Die übliche ist, dass man den ersten Punkt hier nimmt. Also, Stützvektor bestimmen. Ich nenne jetzt mal den, oder mache ich erst mal P. P ist ein Vektor, der vom Koordinaten Ursprung auf P geht. Also, ein Ortsvektor zu P. Und der hat natürlich genau die Einträge des Punktes P, sodass ich den quasi geschenkt bekommen. Also, 2, 3. Man kann alternativ aber auch, das habe ich hier mal in Rot eingezeichnet, könnte man auch den Stützvektor zu Q nehmen. Da spricht nichts dagegen, kann ich auch die gerade mit beschreiben. Denn hätte ich Q, ist ein Vektor, der von 0 nach Q geht. Also ein Ortsvektor auch wieder. Deswegen auch wieder von O, Q. Und auch der hätte dann genau die Einträge des Punktes Q. Also, 6, 5. So. Das kriegt man quasi geschenkt. Sollte vielleicht der erste Schritt immer sein. Und der zweite Schritt, den man machen kann, ist dann dieses U bestimmen, diesen Richtungsvektor. Und man sieht hier jetzt ein bisschen schon, nee, nicht nur ein kleines bisschen, sondern konkret. Der geht von P nach Q. Wenn ich P als Stützvektor gewählt habe. Ich habe ihn U genannt. Und er geht eben von P nach Q. Deshalb dieser Ausdruck hier. Und da braucht man nochmal diese alte Regelspitze minus Fuß. Man nimmt den Ortsvektor zu Q minus den Ortsvektor zu P. Die stehen hier oben beide. Also, 6, 5 minus 2, 3. Und ich subtrahiere Vektoren, nämlich die einzelnen Einträge subtrahiere. Also, 6 minus 2 ist 4 und 5 minus 3 ist 2. Dann habe ich den. Und wenn wir uns das jetzt mal anschauen würden. Der Vektor verschiebt tatsächlich auf der x-Achse um 4 und auf der y-Achse um 2. Also, die Einträge passen. Und wenn ich jetzt tatsächlich den Q als Stützvektor genommen hätte. Dann bräuchte ich jetzt natürlich einen Richtungsvektor, der von Q nach P zeigt. Und den nenne ich jetzt auch U. Also, wenn ihr Q genommen hättet, wäre jetzt wieder der rote Richtungsvektor dran. Der würde dann QP heißen, statt PQ. Und wäre dann P minus Q, der Nennspitze minus Fuß. Das wäre also 2, 3, minus 6, 5. Auch das wieder komponentenweise subtrahiert. Und dann kommt der minus 4 und minus 2 raus. Das minus könnt ihr jetzt auch vor die Klammer hier ziehen. Ihr seht aber auf jeden Fall, das ist der Gegenvektor zu diesem 4, 2. Und ich glaube, das kann man hier auch ganz, ganz gut sehen. Das ist derselbe Vektor, der nur in eine Richtung zeigt. So, dann sind wir nahezu fertig. Jetzt müssen wir diese beiden Vektoren, die wir bestimmt haben, nur noch kurz einsetzen. In unsere ursprüngliche Form, die ich ganz oben hatte. Und wenn wir P als Stützvektor hatten, dann setzen wir jetzt P2, 3 hier vorne ein. Plus, wie gesagt, das T wird einfach wieder hingeschrieben. Und den Richtungsvektor 4, 2 und sind fertig. Diese Gleichung hier oben so, beschreibt unsere Gerade in Parameter-Nachstattung. Und alternativ könnte ich auch Q als Stützvektor genommen haben. Und den U dann andersrum bestimmt haben. Wie gesagt, das minus könnte auch hier vor oder könnte sogar vor das T, würde man wahrscheinlich sogar machen. Aber auch diese Gerade, Gradengleichung, beschreibt dieselbe Gerade. Und ihr seht, das ist irgendwie recht einfach. Die Vorgehensweise ist immer exakt die gleiche. Man muss zwei Vektoren bestimmen. Das muss einem nur klar sein, wo sie liegen und wie man sie bestimmt. Wenn ihr zwei Punkte gegeben habt, dann seid ihr schon fertig. Ihr müsst nur eingetragen werden. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Und vielleicht zum Schluss nochmal. Ihr seht, ich habe hier die Ebene gewählt. Also meine Vektoren haben nur eine x- und eine y-Einträge, also nur zwei Einträge. Das Ganze geht natürlich aber auch, wenn es einen dritten Eintrag gibt. Also eine z-Koordinator und ich im Raum bin, also 3D bin. Ihr bleibt alles exakt dasselbe. Und solltet ihr mal irgendwann ein ganz wirre Konstrukt haben mit vier Einträgen oder so. Alles dasselbe. Mathematik, dahinter bleibt die dasselbe. Und auch die Vorgehensweise bleibt dieselbe. So, das soll es für das oder für jetzt schon gewesen sein. Ich hoffe es hat euch gefallen und ihr schaut mal wieder rein.